Also jeder Impuls der Tabakwerbung löst bei Kindern und Jugendlichen etwas aus. Sechsjährige zum Beispiel wissen schon sehr genau, was zum Beispiel Cowboys um ein Lagerfeuer bedeuten auf einem Plakat. Sie wissen, das ist Zigarettenwerbung. Wenn Kinder in Kioske hineinkommen und etwas zahlen, dann stehen sie vor einer Powerwall, also vor einem großen Regal mit lauter Zigarettenschachteln. Das ist werbewirksam der wichtigste Punkt in diesen Kiosken und da sitzt die Tabakindustrie. Das heißt, Kinder werden auf ihrem Schulweg und in ihrer Freizeit ständig mit Tabakwerbung konfrontiert. Es ist üblich geworden, dass die Tabakindustrie direkt aus der Umwelt von Kindern Motive nimmt. Und uns ist es aufgefallen und ich habe Anzeige gemacht bei dem Bezirksamt Mitte und habe dann nichts mehr gehört. Das ist dann zum Bezirksamt Neukölln gegangen und bei Nachfrage wurde mir gesagt, es ist dann gewandert zum Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf. Und dann einen Monat später ist es dann gelandet bei einem Ortsamt in Hamburg und da wurde mir gesagt, ja, das wäre der Firmensitz, deswegen müssten die das bearbeiten. Man braucht also einen langen, langen Atem, um hier erfolgreich Anzeigen zu machen, wenn man den Eindruck hat, dass das Gesetz nicht eingehalten wird, dass nämlich um Jugendliche geworben wird, was verboten ist gesetzlich. Dort wurde mir dann mitgeteilt aus dem Ortsamt Altona in Hamburg, dass sie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet haben gegen Rehmsma wegen dieser jugendorientierten Werbung. Das Schlimme dabei ist im Grunde, dass angeblich das zum ersten Mal in der Republik stattfindet. Das heißt, dass die Ordnungsämter und die Lebensmittelaufsichtsämter, die hier zuständig sind, normalerweise überhaupt nicht überprüfen, ob diese Werbung jugendorientiert ist. Das ist für die ein ganz neues Feld, obwohl das Gesetz dazu schon seit 1974 besteht. Gibt es noch andere Beispiele für den schlechten Einfluss der Tabakindustrie im Umkreis von Schulen auf die Schüler und Schülerinnen? Es gibt in Berlin viele Schulen, in deren Umkreis zum Beispiel auch Zigarettenautomaten sich befinden oder Tabakwerbung. Die Tabakindustrie und auch die Automatenaufsteller behaupten immer, genau Schulen würden sie meiden. Wenn man genau hinschaut, stimmt das nicht. Also wir haben zum Beispiel einen Zigarettenautomaten in der Gräfestraße Kreuzberg angezeigt, weil er sich direkt im Zentrum von drei Schulen befindet. Und solche Dinge passieren tagtäglich. Wir hatten Erfolg, dass dieser Automat sofort abgebaut wurde, weil er ja auch der Selbstverpflichtung der Aufsteller widerspricht. Trotzdem aber findet man das in allen Bezirken immer wieder. Es wird auch nicht kontrolliert, es wird vom Staat nicht kontrolliert, weil es eine Selbstverpflichtung ist. Und das Gleiche trifft auch für die Tabakwerbung zu. Da gibt es auch eine Selbstverpflichtung der Tabakindustrie, aber der Staat kümmert sich nicht drum, weil er ja sagt, die Tabakindustrie muss das kontrollieren und die hat überhaupt kein Interesse, so etwas zu kontrollieren. Sodass eigentlich solche Selbstverpflichtungen nur ein Alibi darstellen und also nicht das Papier wert sind, auf den sie gedruckt werden. Also in Berlin sind es vielleicht 1500 Menschen, die die ganze Produktion von Zigaretten herstellen, die konsumiert werden in der Bundesrepublik, nämlich etwa 85 Milliarden Zigaretten im Jahr. Bei dieser riesigen Produktion, bei diesem riesigen Umsatz ist es eine ganz, ganz winzige Zahl von Menschen. Wenn man anderes produzieren würde, könnte man ein Vielfaches von Menschen hier beschäftigen. Das wäre dann auch gesellschaftlich sinnvoll, wenn sie Hüte oder ich weiß nicht, sonstige Gebrauchsgegenstände produzieren würden, hätte man wesentlich mehr Arbeitskräfte beschäftigt. Ich meine, dass die Raucher zum großen Teil Opfer sind. Sie sind Opfer einer Sucht geworden und kommen deswegen nicht mehr damit zurecht. Sie sind nicht schuldig, sondern Schuld hat die Tabakindustrie, die sie verführt. Und die große Gefahr besteht natürlich, dass die FDP, die im Augenblick ja die Gesundheitspolitik machen wird und auch die neue Bundesdrogenbeauftragte in die Richtung gehen wird, dass sie sagt, die tabakkranken Menschen sollen ihre Behandlung selbst bezahlen. Das fände ich, das wäre ein ganz falscher Weg. Würde auch dazu führen, dass man dann also Skiunfälle und ich weiß nicht, andere Unfälle und sonstige Dinge plötzlich von den Betroffenen selbst zahlen lässt, das wäre gesellschaftlich wirklich ein Desaster. Es gibt ja jetzt genügend Prozesse in den USA, wo die Tabakindustrie bei Erkrankungen Millionen bezahlen müssen. Es gibt hier auch einen Rechtswirtschaftler in Hamburg, Professor Adams, der fordert, dass bei jeder Zigarette, die von einem Kind oder einem Jugendlichen geraucht wird, die Tabakindustrie dafür aufkommen muss und die Folgeschäden an den Staat zu zahlen hat. Das wären also jährlich mehrere Milliarden Euro. Es gibt zum Zusammenhang zwischen Werbe- und Tabakindustrie ja auch eine um die Welt reisende Plakatausstellung, die diese Zusammenhänge auch nochmal künstlerisch darstellt. Die Ausstellung ist auch im Internet verfügbar? Wenn Sie sich noch erkundigen möchten über die Ausstellung Tabakindustrie ködert Kinder, dann können Sie im Internet nachschauen unter www.stiftung-rauchfrei-leben.de. Dort finden Sie über 200 Exponate des Wettbewerbes, der bundesweit und auch in Österreich und in der Schweiz durchgeführt wurde. Untertitelung des Wettbewerbes